Das ist eine echte Weltpremiere. Die Pazifik-Insel Niue ist die erste Nation mit komplett dunklem Nachthimmel. Doch das reicht noch lange nicht, um gegen die künstliche Erhellung der Nacht vorzugehen. Denn die Lichtverschmutzung hat nicht nur Folgen für die Natur und die menschliche Gesundheit, sondern auch für die Forschung. Und wir alle können etwas gegen die Lichtverschmutzung tun. Und es ist ganz einfach. ClixoNature gibt's täglich spannende Videos aus den Bereichen Umwelt und Natur, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's! Das ist wirklich ein schöner Titel für die kleine Pazifik-Insel Niue, die ab jetzt auch als Dark Sky Nation bezeichnet wird. Verliehen wurde dieser Titel durch die Organisation International Dark Sky Association, die gegen zu viel menschengemachtes Licht am Himmel kämpft. Das Atoll Niue ist auf der Liste mit insgesamt 120 Orten weltweit auf dem ersten Platz gelandet. Die Insel liegt etwa 2400 Kilometer nordöstlich von Neuseeland und auf den rund 260 Quadratkilometern wohnen lediglich 1600 Menschen. An diesem Ort hat die Himmelsbeobachtung in der Nacht eine lange Tradition. Dazu eine der Ältesten vor Ort, Misa Kaluthea. Neues Himmel wird seit Jahrhunderten beobachtet und geschätzt. Der Status als International Dark Sky Place unterstreicht die Bedeutung unserer traditionellen Bräuche und liefert einen Grund für die Weitergabe dieses althergebrachten Wissens, ehe es verloren geht. Schon seit längerer Zeit ist klar, dass die Lichtverschmutzung fatale Folgen hat. Und das für viele unterschiedliche Bereiche. Sie bereitet nicht nur der Amateur-Astronomie große Probleme, sondern auch Profi-Astronomie-Teams. Schon jetzt ist es so weit gekommen, dass ein Drittel der Menschheit das schimmernde Band der Milchstraße nicht mehr sehen kann. Und das alles aufgrund der künstlichen Erhellung der Nacht. Das berichtet die International Dark Sky Association. Das Ziel der Naturschutzorganisation, die natürliche Finsternis der Nacht zu bewahren und die Lichtverschmutzung zu bekämpfen. Doch nicht nur für die Astronomie ist die Dunkelheit von enormer Bedeutung. Auch Tiere, Pflanzen und die Natur im Allgemeinen leiden unter der Auffällung des Nachthimmels. Genauso wie wir Menschen brauchen tagaktive Tiere die Dunkelheit zum Schlafen und zur Regeneration. Doch auch für die nachtaktiven Tiere ist die Dunkelheit von immenser Bedeutung. Denn währenddessen gehen sie auf Futtersuche und pflanzen sich fort. Und auch Pflanzen brauchen den Rhythmus von Helligkeit und Dunkelheit und zwar für ihre Photosynthese. Forschungen zeigen, dass die innere Uhr deutlich mehr Einfluss auf den menschlichen Körper hat, als man vielleicht denken mag. Denn die Zellen aller Lebewesen reagieren sehr sensibel auf Veränderungen wie die Folge von Hell und Dunkel, warm und kalt. Die Körpertemperatur steigt und sinkt beispielsweise. Und auch unser Hormonspiegel ändert sich. Vor drei Jahren hatten die Ergebnisse eines Forschungsteams vom Geoforschungszentrum Potsdam gezeigt, dass die Lichtverschmutzung weltweit zunimmt. Dabei stützten sich die Fachleute auf die Messergebnisse des US-Satelliten Suomi NPP, der einen Radiometer an Bord hat. In 820 Kilometern Höhe misst er sowohl das Licht, das wir Menschen sehen können, als auch die für uns unsichtbaren Emissionen, die sich im nahen Infrarotbereich befinden. Laut dieser Studie hat nicht nur die bestrahlte Fläche, sondern auch die Intensität der künstlichen Beleuchtung zugenommen. Jeweils mindestens um zwei Prozent. Dieser Trend ist fast in allen Ländern zu beobachten, abgesehen von Regionen dieser Welt, in denen Krieg herrscht. Ein weiteres Ergebnis des Potsdamer Forschungsteams. Die Zunahme der Lichtverschmutzung entspricht in etwa dem Maß, in dem auch das Bruttosozialprodukt eines Landes wächst. In Industrieländern ist dies etwas langsamer der Fall als in Schwellen- oder Entwicklungsländern. In der Kritik steht in diesem Zusammenhang auch immer mal wieder die Satellitenflotte von Elon Musk. Erst Ende März 2020 waren 60 weitere Starlink-Satelliten der Raumfahrtfirma SpaceX ins All gestartet. In den kommenden Jahren sollen 12.000 Satelliten in den Erdorbit gebracht werden, um den Internetzugang auf der Erde somit deutlich besser zu machen. Doch Astronomie-Teams fürchten massive Folgen. Laut der Astronomischen Union ist die Entwicklung solcher Satellitenkonstellationen, Zitat, besorgniserregend. Wünschenswert sei stattdessen das Prinzip eines dunklen und funkstillen Himmels. Dazu der Astrophysiker Stefan Kimmeswenger. Wir haben 6000 Sterne, die am freien Himmel sichtbar sind. Allein durch das Starlink-Projekt kommen also noch einmal doppelt so viele Signale hinzu. Auch der Physiker Wolfgang Kausch zeigt sich besorgt. Wenn man Aufnahmen vom Himmel macht, hat man am frühen Abend und frühen Morgen unweigerlich Satellitenspuren dabei. Für die Astronomen wird das ein massives Problem werden. Doch nicht nur das, auch andere Geschehnisse am Himmel könnten uns diesen Befürchtungen zufolge durch die Lappen gehen. Beispielsweise Supernova-Explosionen oder aber auch potenziell gefährliche Asteroiden. Organisationen wie beispielsweise die Astronomische Union fordern deswegen die Entwicklung eines Rechtsrahmens, um die Auswirkungen auf die wissenschaftliche Erforschung so bald wie möglich zu verringern oder zu beseitigen. Neben der Pazifik-Insel Niue gibt es übrigens weltweit noch 30 andere anerkannte dunkle Orte. Dazu zählen Parks, Regionen oder auch Gemeinden. Ein ganzes Land wie Niue war außer diesem Land eben dieser Inselgruppe nicht dabei. Niue ist ein souveräner Staat, der unter der Verwaltung Neuseelands steht. Um offiziell in die Liste aufgenommen zu werden, müssen die verantwortlichen Behörden einen Antrag stellen. So müssen sie ihre Bemühungen, die lokale Lichtverschmutzung so gering wie möglich zu halten, beweisen. Die Verantwortlichen auf der Insel Niue hatten beispielsweise dafür gesorgt, dass alle Straßenlaternen durch lichtschwächere Modelle ausgetauscht werden. Übrigens kann aber auch jede einzelne und jeder einzelne von uns etwas gegen die künstliche Lichtverschmutzung machen. Dazu der Potsdamer Forscher Christoph Küber. Für die meisten von uns ist Licht etwas, das da ist und über das man sich keine Gedanken macht. Aber wenn es da eine Lampe in ihrer Stadt gibt, die sie stört, zum Beispiel weil sie zu hell ist, rufen sie ihre Stadtwerke an. Treibstoff aus Luft und Licht anklicken, anschauen und klick zum Nature abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet. Also bis dann, bleibt dran!